Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead Island Riptide So, wir klettern da mal runter Ja, komm So So, ich würde ganz schnell runter So So, da kommt sie gelaufen Es fehlt ja lediglich der Arm Ach, der steht noch So So, die eine Hälfte kann hier wieder aufstehen So Hm, ist da was drin? Nö So, die Wasserleicht, die holen wir uns Sehr gut So Also, wir müssen in die Richtung Da ist Makata Wir könnten natürlich Ja, warum nicht? Wir gehen da Ja So, wir gehen in die Richtung Makata Makata Hakuna Makata Makata So Makata Ja, ist ja gut So, jetzt geht's wieder We have food, drinks, phone and rooms for rent Ja, gute Sache Oh, die Wasserleicht, die Wasserleicht Da war Dave drauf Ich schleiche das übers Wasser Ist das alles gut? Nein Da oben ist auch einer gewesen, der nicht gerettet habe, oder? Ich denke schon So, überall Freunde, ist das nicht gut So Neues Boot, neues Glück So Moment Genau Da müssen wir durch Da haben wir vorbei Das können wir sprengen Nein, das können wir natürlich nicht sprengen So Tschüss Makata Oh Ne Was machen wir mit dem? Wir fahren einfach vorbei Da 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 So Da Durch Genau Oh, wie romantisch Die Höhle hier Und das Wasser ist noch steigend Was war'n das jetzt? Das muss der Signal von der Krate Okay Ach da, hi Okay Okay, sein Spucker Da bin ich natürlich nicht glücklich drüber Und da drüben stehen auch so viele Und er immer von Ja Ja, das Piepsen Ich höre's, ich höre's Wo? Da Ja, ja, ja Das glaube ich auch, aber Der Spucker ist mein Problem Ja, mit dem Boot niederführen Mhm So Ich weiß nicht mal, ob ich ihn getroffen hab' So Ja Und jetzt Wacke ich hier fest Nein Das gibt's ja nicht Ich kann Ich häng fest Wieso häng ich da Okay Da haben wir noch welche Aber Die sind wir eigentlich alle Alle Egal So Moment Ach, wir haben hier Molotow Ausrüsten Hier 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 So Nein Wieso Wie Was ist denn da Ah ja Na, ich muss das jetzt ausschalten Das ist ja widerlich Du warst der mit dem Messer Du nicht Ja, schwaches Küchenmesser Soll ich es mir doch mitnehmen Das Küchenmesser Nein Also Da oben liegt das Ja, ja, ja Aber wie komm ich rauf Über diesen Baum So Ja, jetzt sollt's aufhören Ach, Gott sei Dank Ein Breche-Essen So, Breche-Essen Wollen wir das? Naja Lieber ist mir doch nur ein Fleischmesser Ah So, zuerst mal zusammenräumen So, zuerst mal zusammenräumen So, zuerst unser Bruchtessen Das ist gut So, Moment Also Wir wollen So, bring mir die Vorräte Ja, ja Nachbarschaft, oder? Sicherer Ohr Suche nach dem Lager im Inland Ja, den will ich jetzt verfolgen So, zurück In die Richtung 200 Meter Ich nehm das Boot Ach, Gott sei Dank Ja, das war ja mühsam Hm So Also Erst wieder reinkommen Kann man da durchfahren Ich befürchte, nein Okay So Hm Okay Ja Ja Ich denke mal die ganze Zeit Wer ist denn da? Wer ist denn da? Hm So Da haben wir das Da 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 Geld So Wir wollen Reparieren Ja Das kann man reparieren Reparieren Und Ja Das kann man auch reparieren So Ich spreche es Was ist, wenn ich die Upgrader Einfach so Weil Ich hab's Geld Und reparieren Wir probieren die auch mal Reparieren Ja Und upgraden Nein, nein Die So So Die Speitaxt Hat jetzt 614 Ja Trotzdem Ja, okay Bei Wucht ist sie besser Ja Ja, aber das ist mein Fleisch Am besten Und das ist sowieso super So Ein bisschen Sprecheisen Besser als das Nein Nein So Ja Draht ist gut Vollzeit Gas Das ist so still Ähm Ja, ja Keu ich mal So Nehme ich das Auto Oder Gehen wir in die Dead Zone Nein, warum tust du das Okay So Zuerst die Queste erledigen Und dann in die Dead Zone So Also Los geht's Wenn ich jetzt Genau den Weg runterfahre Und erste Abzweckung nach links Also Äh Ja Hallo So Es ist doch der Weg hinunter Oder Ich denke schon Ja Der richtige Weg hinunter Now they're really dead So Ja An der Bar vorbei Könnt man ähnlich Oh Sorry 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 Ja Ich hab den Syroschein Gerade erst neu Ah Sorry Hier stehre ich gerne aus Da ist eine Bar Wenn man den Loop zuerst Oh der Von der Toilette Von der Bank runter So Viel benutzt Ist sie nicht Aber das Klopapier war sauber Ach da drüben So So Alles gut Dann holen wir uns das noch Und gehen Zu mir Der Inselführer Wieso Wichst'n du da so 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 Geh zu mir Das macht man schnell So Hier hab ich noch keinen Trick verpasst Was ist denn da jetzt Ja Von der Seite ging ich aber noch nicht rein So Also Da 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 Die brutale Schaufel Ich bin gespannt Eine brutale Schaufel Oh Die könnte wirklich was werden Ja So Da ist zwar dunkel Aber Einbrecher 2 Verdammt Was machst du da unten Wow Was warst'n du Wow Der war aber aggressiv Und der hat die ganzen Soldaten hier zerlegt Wow Er war tatsächlich aggressiv Was ist das Eine Spitzacke Ja klar So Deswegen nehmen wir sie auch So Zigaretten brauchen wir keine Oh Brauchen wir sie eh schädlich So Suche nach dem Lager in England Äh Ich würde sagen Das hier ist das Lager Hier ist es Ja 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 Ah ja So Was die in der Höhle da wollte Naja egal Also Also Wir nehmen uns das Auto Wir müssen Zu Markus wieder Ja Äh Schmerztabletten Können wir abgeben Und hier Ja Wir geben bloß die Drogen Natürlich Aber da brauchen wir kein Auto mehr So So Der Metzger Einer steht noch Einer nicht So Der steht jetzt auch nicht mehr So Also Da 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 So Und wieder Haller Und im Flug gelootet Herrlich Haller So Wir werden zuerst Zu Markus Oder Regen wir zuerst Nein Wir gehen zu Markus Wieder Ähm Ich will Bevor ich das mache Nochmal in die Bar Ja ich weiß Das klingt jetzt Extrem komisch Ich will in die Bar Aber ich will in die Bar So Tod getreten Er ist ja noch immer nicht tot Na jetzt reicht's aber So Da 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 So Die Bar Die Bar Die Bar Dein Gang ist Ja Durchsuchen Da Mit Teichrott Ah Und jetzt regnet's Wieder Wo ich gerade in die Bar Will So schön Wollte ich da sitzen Und den Ausblick Den Aus Den Ausblick Die Aussicht Abgeliezen Let's take a look Da 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 Hallo Er lebt doch Da ist doch Und einer ist da noch drinnen So Was ist da? Ja ich weiß So ich glaub da regnet's rein Aber egal So eine Frucht Ja das nehmen wir auch mit Alkohol Hier super Leider 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 So ein Gurt Alkohol Und da oben Ein Energy Drink So Super Ja hier müssen wir noch Wehen Das dürfen wir auf gar Keinen Fall vergessen So Warum ich da in die Bar Wollte Schauen ob ich da noch In der Insel führe Und solche Sachen finde Also Sammelobjektsachen Leider fehlt mir Einbrecher Okay Gut Früchte haben wir schon alle Genommen Das heißt wir können da Wieder rauf gehen So Also Oh Ich seh gerade das Folgenende ist da Hippie pura Wir sind endlich in Hallein Und Mit diesem Blick Verende ich die heutige Folge Vielen Dank fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss